So, Tag 1 ohne Zucker. Fühl mich wohl, hab keinen großen Appetit auf Süßes. Tag 3 ohne Zucker. Erste Entzugserscheinung. Ich hab mich dabei erwischt, wie ich Spielzeug ablecke. Es ist hart. Es zieht mich wie magisch in Süßigkeiten-Milieu. Und auf Arbeit geht auch nix. Ich entwickle Wahnvorstellungen. Ich sehe Dinge, wo keine sind. Schokolade, Süßes, Abbruch. Kannst du dir ein Leben ohne Süßes nicht vorstellen? Mit Zucker kannst du suchten, ohne schlechtes Gewissen. Stell dir vor, leckere Schokoriegel oder Nuss-Nougat-Creme. Der volle Geschmack, aber ohne zusätzlichen Zucker. Gibt es nicht schon lange? Tja, Zuckerersatz ist nicht gleich Zuckerersatz. Einige Süßstoffe sind sogar noch schlimmer als Zucker. Unsere Süßmittel sind seit Jahrzehnten erforscht. Und gesundheitlich völlig unbedenklich. Wir prüfen unsere Produkte regelmäßig. Doppelt und einfach. Nur natürliche Aromen. Kein Palmöl, keine künstlichen Farbstoffe, kein Ungesund, nur viel Geschmack. Sieht schon mal sehr geil aus. Und ich nehme jetzt mal so ein Löffelchen hier. Hm, oh mein Gott. Das schmeckt wie Raffaelo. So gut? Ja. Endlich muss ich kein schlechtes Gewissen mehr haben, wenn meine Kinder mal was Süßes trinken wollen. Richtig lecker. Probier mal. Schmeckt wie normale Erdbeermarmelade. Komplett ohne Zuckerzusanne. Lecker. Mach deine Welt Xucca. Über 80 Produkte mit über 50.000 positiven Bewertungen sprechen für sich. Hol dir jetzt dein Einstiegspaket. Komm in die Xucca Wild. Schmeckt garantiert. Oder Geld zurück. Oder Geld zurück.